Reichsbürger lehnen die Demokratie ab und vertreten häufig Ideologie-Elemente des Monarchismus, Rechtsextremismus und des Geschichtsrevisionismus. Teilweise leugnen sie den Holocaust und geben sich offen antisemitisch. Reichsbürger sind überzeugt, dass das Deutsche Reich statt der Bundesrepublik weiterhin fortbestehe. Entweder in den Grenzen des Deutschen Kaiserreichs oder in denen von 1937. Entstanden ist die Szene in den 1980er Jahren. Der Verfassungsschutz rechnet der Szene derzeit rund 21.000 Anhänger zu. In Baden-Württemberg sollen es knapp 4.000 sein.